Heute sind Broxo und ich als Puppen unterwegs und wir werden so ziemlich alles machen. Wir werden uns irgendwo hin katapultieren, uns zerstören, uns zerschießen. Freunde, das wäre richtig, richtig lustig. Haut gerne auf den Like und auf den Abbern. Und jetzt viel Spaß. Broxo, guck mal, hier bin ich. Aua. Der Hammer hat mich geschlagen. Ich helfe dir. Hilf mir. Aua. Oh mein Gott. Wie gruselig ist der Hammer. Stimmt. Du bist so klein. Du musst auch mit der RPG abschießen hier. Pass auf. Oh mein Gott. Wir sind hier heute als Puppen unterwegs, Broxo. Und wir können hier eigentlich alles machen. Wir können uns komplett zerstören. Ja, wir haben auch so richtig komische Bewegungen jedes Mal. Guck mal hier. Pass auf, ich zeige dir jetzt mal, was cool ist. Zeig mal. Oh mein Gott. Jau. Wo fliegst du eben? Wo bist du? Komm zurück. Komm zurück. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Okay, okay. Ich probiere auch mal aus, ja. Oh, okay, okay, okay. Ist mega witzig. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Oh. Broxo. Komm mal, ich schieße da auf dich. Was ist das denn? Achso. Alter. Du blödes Ding hier. Was ist das? Oh mein Gott. Guck mal da hinten. Guck mal, diese riesige Rutsche. Die müssen wir nehmen, bitte. Okay, okay, okay. Aber meinst du, wir können uns da hochschießen hier mit der Kanone oder so? Guck mal, siehst du das? Guck mal, siehst du das? Guck mal. Hä? Was machst du? Broxo. Ey, du bist doch voll klein. Ja, der läuft hier von alleine. Was war das denn? Der läuft von alleine weg. Hilfe. Ey, der läuft von alleine gerade. Hilfe. Ich bin hier in der Ecke, der läuft hier von alleine gerade irgendwo lang. Nein. Alter, du bist voll klein. Warte, bleib dir größer. Ich bin Miniatur. Komm, wir gehen in die Kanone dahinten. Was macht denn der da? Sag mal. Den schnapp ich mir jetzt. Was machst du denn da? Sag mal. So, du wirst jetzt gehauen hier. Oh mein Gott, steh auf. Okay, ich gehe hier in die Kanone. Oh mein Gott. Ich bin die eine Kanone bei dir, die blaue. Oh Gott, oh Gott. Was ist da? Das ist ein super Trampolin. Siehst du das? Oh mein Gott. Also ich sehe es noch nicht, aber da steht ein super Trampolin. Ah, jetzt sehe ich es. Stimmt. Okay, komm, wir gehen rauf. Aua. Aua, er haut mich. Aua. Wo fliege ich hier hin? Wo fliege ich hin? Oh mein Gott. Ich bin hier oben drauf. Ja. Ich auch. Komm her, komm her. Komm, wir können hier noch höher gehen, oder? Glaubst du, wir können noch höher gehen? Ich glaube ja. Komm, wir gehen hier mal hoch. Warte mal. Meinst du, wie kann man springen von hier? Weißt du, wir können echt da rausspringen, oder so? Ich weiß es nicht genau. Ich will auf jeden Fall mal nach ganz oben und rutschen. Höh. Äh. Okay, das muss man jetzt nicht genau verstehen. Also das war die Rutsche nur von oben. Boah, wir müssen da irgendwie hochkommen. Und ich habe auch schon eine Idee, wie? Pass auf, Kaspar. Ich habe auch eine Idee. Mit der Kanone da, oder? Ja, aber stimmt, die Kanone, die blaue. Ich glaube, die Kanone schießt da genau oben drauf. Ja, finde ich auch gut. Warte, wir können ja genug werfen. Äh, hä? Alter, nicht schlecht, sag mal. Ja, doch, doch. Okay, dann komm. Lass mal die Kanone nehmen. Und boom. Oh mein Gott, ja. Ja. Oh Gott. Ist er fast da? Oh mein Gott, nein. Ich bin runterge... Ich falle die Treppe runter. Oh Gott, ich laufe einfach hoch. Lauf hoch, laufe hoch. Ich laufe wieder hoch. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich bin oben, Roxo. Wo bist du? Ich bin auch oben, okay. Okay. Also wir haben einmal hier den Sprung des Glaubens. Oh, der hört sich schon verrückt an, ne? Wir könnten aber natürlich auch... Ich würde sagen, wir rutschen, oder? Wir rutschen, ja. Ich würde auch sagen, wir rutschen. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit, Kaspar. Okay, los. Hä? Oh mein Gott. Ey. Okay, wie... Irgendwas mache ich doch... Oh mein Gott, du bist voll schnell, du schubst mich voll. Wow. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey. Oh mein Gott. Ey, ich bin hier ins Wasser. Ich bin auch im Wasser drin. Oh mein Gott, ich bin so weit geflogen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Superman. Oh, Roxo. Okay, okay. Komm, lass mal gucken, was wir noch so machen können. Was ist denn das da hinten? Guck mal, dieser Schweizer Käse. Stimmt. Okay, warte mal. Dann, ich würde mal sagen, wir gehen da mal ganz kurz hin. Ja. Nee. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh. Wo bist denn du? Oh, ich rutsche hier hoch. Ich auch, ich auch. Oh, und ich bin oben. Ich rutsche hoch. Ich auch. Okay. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir können doch runterfeuern. Na, mit der Kanone. Seht ihr gerade? Oh, das können wir auch. Ja. Dann landen wir vielleicht genau auf diesem Ziel. Oh. Oh, lass uns. Oh, lass uns. Und. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Hä? Ja. Du bist viel weiter geflogen als ich. Oh mein Gott. Ich bin genau in die Mitte geflogen. Oh mein Gott. Warte mal. Wie hast du das denn gemacht? Hast du die Gravitation ausgemacht? Nein. Ich bin einfach ganz übergegen geflogen. Warte. Okay, warte mal. Ich komm noch mal ganz bis hoch hier. Ja, mach mal. Ich probier auch, oder? Ich warte nicht auf dich. Ich warte auf dich. Man kann dann schon sogar skydiven. Deswegen komm ich noch mal ganz bis hoch. Stimmt, stimmt, stimmt. Das müssen wir mal machen. Ah. Hä? Oh mein Gott. Skydive. 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 Ah. Hä? Das bringt ja gar nichts, das Skydiven. Was war das denn? Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin jetzt hier beim Hammer, der mir uns so wegschlägt. Pass auf. Ich seh hier gerade, da oben ist noch so ein richtig, 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 hoher Torm hier da oben. So ein Hochhaus. Ja? Ist jetzt auch gerade. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen. Ja? Hä? Wie springst du denn so hoch? Sag mal. Superman. Wie machst du das? Ich will das auch können. Anti-Gravity. Ah, neu. Oh, ich komm auch, ich komm auch. Verdammt. Aua. Ich hau hier noch irgendwo gegen. So. Oh nein, ich flieg zu hoch. Oh nein, nein, nein. Das hier geht jetzt hin. Das wollte ich nicht. Okay. Ich bin am Start. Wo bist du? Ich bin hier im Bild. Warte. Ah, nein. Ich geh wieder raus. Warte. Warte. Achso. Ich komm jetzt, ich komm jetzt, ich komm jetzt. Ich muss jetzt aber alles hoch laufen. Ja, okay, okay. Oh, ho, 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 ho. Was geht? Alter. Wir haben jetzt zwei Optionen, ne? Ja. Oh, nee, wir haben drei Optionen. Wir haben drei Optionen. Wir können, ja, mit der Kanone. Mit der Kanone, ja. Hier runter, das sind so Mikado-Stäbe oder sowas. Oder wir gehen hier in dieses blaue Ding rein. Ey, ich bin gegen die Kanone gekommen. Oh, nein. Ey, was soll das denn? Warte, ich komme hinterher, ich komme hinterher. Okay, ich bin hier auf der Treppe. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier auf der Treppe bei dem Regenbogen. Ah, ich bin nicht mehr runtergefallen. Schaffst du den Sprung des Gottes zu machen da oben? Bist du noch oben drauf? Nee, ich bin, warte, ich kann da hoch springen. Ich kann auch oben drauf sein. Ja, komm, versuch mal da hoch zu kommen. Ich bin auch oben gerade. Ey, ich wurde noch weggeklatscht. Nein. Ich bin jetzt hier aus der Map raus. Nein, okay, dann mache ich den Sprung des Glaubens alleine oder was? Warte hoch. Okay, ja, komm, ich warte, ich warte auf dich, ich warte auf dich. Warte, ich komme jetzt mit meinem Jetpack. Okay. Auf die Treppe, richtig, ne? Ja, ja, nein, ich bin schon ganz oben. Du musst ganz oben kommen. Wird schwierig. Wie, das wird schwierig? Du kannst ja wohl nach ganz oben fliegen. Siehst du mich? Nee, wo bist du? Bist du über mir? Ja, da oben, lol. Wow. Okay, na, endlich. Sprung des Glaubens, oder was? Hm, ich würde sagen... Wow. Wuhu. Hä, du bist ja... Wie bist denn du geflogen? Ich bin im Wasser gelandet. Lol, ich bin hier auf der Treppe gelandet und jetzt falle ich hier runter. Alter, guck mal, man kann hier... Oh Gott. Was hast du gefunden? Komm mal ins Wasser rein. Hier kann man richtig tief tauchen, Kasper. Wie, hier bei dem? Ja, muss ja hier sein. Hier oder was? Ja, warte mal, hier gibt's mehrere... Ja, hier, okay. Hier, komm mal rein, komm mal rein, komm mal rein, guck mal, jetzt guck mal nach unten. Ähm... Weil die richtig tief tauchen. Lol, lass mal machen. Guck mal, das ist auch ein Fisch da hinten. Ja, das ist... Ey, was kann man hier alles noch entdecken, sag mal. Ist ja mega viel. Da muss da noch irgendwas unten sein. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es... Oh nein, das ist ganz schön dunkel. Äh, ich seh gar nichts mehr. Hier ist ein Wasserloch. Können wir da durch? Nee, das ist kein Wasserloch. Äh... Verdammt. Wir wurden ausgetrickst. Mano... Och nee... Lol. Ey, was denn da? Da, Alter, einfach der Bulle da oben. Der was? Der Bulle ist im Wasser. Der wurde ins Wasser, der wurde ins Wasser gekickt oder so. So, Kasper. Ich bin da oben, ich bin auf den Bullen drauf. Bullen reiten hier, Broxo. Ja, ja, bist du... Wow! Alter! Wie, was ist passiert? Geh mal auf den Bullen drauf, der schmeißt dich weg. Ich muss ihn weggehauen. Warte, ich geh auf ihn drauf, ich geh auf ihn drauf. Ja, au! Äh... Hä, guck mal hier! Teleportiere dich bis an die Spitze der Treppe. Wie jetzt? Hier können wir anscheinend rein. Ah! Hä? Ah! Hä? Ah! Aua, 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 aua! Das ist doch nicht die Spitze der Treppe! Das sieht ganz gut gar nicht so aus. Das sieht ehrlich die Spitze der Hölle aus. Aua! Oh mein Gott. Hä? Aua, au! Hä, kommen wir jetzt hier irgendwo gut raus gleich? Äh... Hä, wo sind wir denn jetzt? Hä? Äh, lol, hier geht's doch... Guck mal, hier ist doch so ein Lava-Becken da unten. Stimmt. Teleportiere sie nach oben. Hier wird das gehen. Hier ist doch eine Kalode. Ja, pass auf. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier lang laufe. Ja, probier mal aus. Und? Hä? Bist du wieder ganz normal oben oder wo bist du? Oh mein Gott, guck mal, was wir machen können. Guck mal hier. Noll! Okay, komm. Aua! Oh! Ah! Oh! Au! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, ich bin wieder nach oben gefeuert. Nein! Oh mein Gott, ich bin wieder nach oben. Oh Gott. Ey, da bin ich ganz unten. Aber diesmal... Nein! Komm mal, wir nach unten jetzt! Noll! Hier nach oben? Oh, ich komme! Oh mein Gott! Rocks up! Sprich hier! Nein! Hier unten, hier unten ins Lava-Loch. Ins Lava-Loch musst du reinspringen. In welche? In das Kleine? Ja! Oh mein Gott! Ich brenne! Jetzt bist du tot! Da bist du wieder! Ey, Mann! Juhu! Ey, pass auf! Eine Sache würde ich mir gerne noch angucken, okay? Was da? Und zwar ist da hinten irgendwie so ein Auto oder so. Und damit können wir irgendwie fahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Wo? Hier hinten? Warte mal, siehst du nicht? Ähm... Ja, da bist du ja. Komm mal mit, komm mal mit hier. Hier muss ein Auto stehen. Da hinten kannst du, glaube ich, ein Spawn oder so. Hier! Drei-Auto-Limit. Okay, okay, anscheinend gibt es hier keins mehr gerade. Die sind alle aufgebraucht. Sag mal, das glaube ich nicht. Worum stehen die Autos? Doch hier! Hä? Ja, 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 ich bin in Luft gespawned. Du schwebst! Hä? Warte mal, damit will ich jetzt fahren. Hä? Bin draufgegangen oder so. Ich auch, ich wurde gekickt vom Server, lol. Hä? Ja, doch nicht. Jetzt bin ich wieder drauf. Was ist denn da gerade passiert? Sag mal. Ich weiß auch nicht. Okay, wenn die Autos nicht funktioniert haben, dann lass doch mal mit der Rakete fliegen. Okay, das geht hier, glaube ich, auch. Das ist die hier, ne? Das ist die hier, aber warte noch. Oh Gott, acht Sekunden, startet die? Hä? Oh Gott, das wird eine knappe Nummer. Das wird eine ganz knappe Nummer. Okay. Ich hänge dran. Ich auch. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Ah, Broxo. Wo geht die hin? Wo geht die hin? Kaspar. Schaffst du es auf die grüne Fläche zu fliegen? Ich weiß nicht. Ab ins Welt. Oh mein Gott. Hä? Hä? Lol. Ich bin drauf. Hä? Bin ich drauf? Ein Schneeball. Bist du auch drauf? Ja, 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 ja. Ich bin auch drauf. Ich versuch's jedenfalls. Doch, doch. Ich komm drauf. Ich komm drauf. Wo bist du denn? Ich bin hier oben. Hier komm ich. Broxo. Über hier. Au. Okay. Ich sag's dir. Oh mein Gott. Wie krass ist denn diese... Was ist das? Eine Wolke oder so? Ich glaub schon, ne? Also immerhin im Himmel. Ja. Mal runter. Hä? Nein. 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 Wow. Skydive. Ja, jetzt geht's bei dir? Jetzt geht's. Musst du gedrückt halten. Nee, musst du einmal drücken. Ich seh dich aber leider nicht. Da bist du. Ich komm zu dir. Probier nichts zu machen. Nicht nach unten zu gucken oder so. Okay. Schaffst du das? Ich seh dich. Siehst du mich? Ich seh dich. Ich hab dich da oben auch gesehen. Da bist du. Ja. Ja. Was geht? Okay, pass auf. Wir müssen nochmal runterspringen. Ja, okay. Aber ich darf tatsächlich Skydive drücken. Okay. Und jetzt. Hui. Ich hab's. Ich weiß nicht. Ich seh dich. Ich seh dich. Ja, komm her. Komm her. Juhu. Da bist du. Ja, komm. Ich seh dich auch. Juhu. Nein. Nein. Ich hab kein Fallschirm. Ich hab kein Fallschirm. Ich hab kein Fallschirm. Oh nein. Oh nein, Boxer. Ey, ich freu euch. Das hat ja mega Bock gemacht zu spielen. Wenn es euch auch gefallen hat und ihr bis hierhin geschaut, haut gerne auf den Like und auf den Abbern. Tut mir jetzt auch einen Gefallen. Schreibt mir da einen Kommentar und checkt gerne eins von allen meinen Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.